Hallo und willkommen bei Hardware Rat. Hier nur ein kleines Infovideo, einfach weil es sonst zu oft in den Kommentaren gefragt werden würde. Ich werde meine PC-Konfiguration nicht mehr auf Warehouse 2 machen. Das liegt einfach daran, dass unsere Partnerschaft endet, beziehungsweise ich habe unsere Partnerschaft beendet. Aus dem einfachen Grund, weil ich etwas anderes vorhabe. Also wir sind auf gar keinen Fall im Negativen auseinandergegangen oder so. Das heißt, ihr könnt auch weiterhin auf Warehouse 2 kaufen. Ich meine, der PC-Zusammenbau für 30 Euro ist ja auch ein sehr gutes Angebot, weswegen es sich da auch manchmal lohnt zum Kaufen. Also spricht da jetzt überhaupt nichts dagegen. Ich persönlich fand die Zusammenarbeit eigentlich schon sehr gut, weil ich konnte einem kleinen Shop günstig Werbung geben. Also klar, ich habe schon Geld dafür bekommen, aber das war ziemlich wenig verhältnismäßig. Nun werde ich meine PCs bei Geizhals zusammenstellen, aber nur Übergangsweise. Was danach kommt, steht aber schon fest. Aber bis das kommt, dauert es noch eine kurze Weile. Ich mache das auch wirklich nur ungern Übergangsweise bei Geizhals. Ich mache hier damit ja für Geizhals kostenlos Werbung, aber Geizhals verdient dann mit meiner Werbung quasi Geld. Also wenn ihr dann Geizhals aktiv nutzt, verdient ja Geizhals Geld damit und das nicht wenig. Pro Weiterleitung auf einen Shop verdient Geizhals 7 bis 12 Cent. Das heißt, wenn man sich auf Geizhals so ein PC zusammenklickt und dann auf einigen Shops nachschaut und so weiter, kommen da mal schnell 1 bis 2 Euro zusammen. Außerdem ist auf der Seite ja selber nochmal Werbung geschaltet. Also Geizhals verdient viel Geld damit und ich mache kostenlos Werbung für die. Nee, das passt mir nicht so ganz. Trotzdem finde ich, Geizhals ist neutraler, als würde ich irgendeinen anderen Shop nehmen oder so. Was allerdings danach folgt, wird wohl möglich die beste Lösung sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.